Ah, Moment. Give me one second! It is time for my secret tattoo. Only my team will know who I am. Oh, kennt auch jemand die Kaugummi-Tattoos? Ist das geil! Watch out, Super-Villains. Today I make my own Super-Hero-Costume. Kann man sofort umdrehen? Nein, schade, leider nicht. Every Super-Hero-Team Need a Super-Villains-Team. Ja. Wie gesagt, deswegen hab ich auch den Typen nicht getötet. Oder den ganz unten rechts. Denn, was ist ein Super-Hero-Costume? Und das eine würde es den anderen nicht geben. Das ist immer so. Ich bin so glücklich, dass ich mein Handels-Hero-Costume schon gemacht habe. Miss Stroud ist ziemlich nett. Und sie mag meine Storys. Habt ihr nicht mal raus? Ich hab's damals gemacht. Also bin ja immer noch in der Schule. Und... Ich bin nicht das beste Vorbild. Ich mach's ja auch, aber ich bin nicht das beste Vorbild. Das ist besser als ich. Das ist nur so ein Tipp. Vom Profi. Ich glaub immer noch, dass das eine Karte von seinem Wohnen oder so ist. Also, dass er das halt so verschmückt hat oder so. Also kann ich mir nur noch vorstellen wegen den ganzen Straßen und so. Mal gucken. Ja, hauen wir es. Ich glaub das ist echt so eine Karte von seiner Stadt oder von seinem Dorf, was auch immer. Das find ich cool. Henry auch kuschelt hier. Sorry. You're too cute to find people. Ach ja, wer hatte damals auch seine Kuscheltiere, die er immer beim Bett hatte. Ich glaub das ist ja damals. Bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe ich kann ihn in seiner Mutter irgendwann. Baby, dass ich auch nicht mal hatte. Samstag. Ich glaube es irgendwer. Das ist unser Kindes. Es war sogar ein Kindes. Ich will dir zu euch noch mal die Karte. Ich will dir die Karte sein. Ich will mich nicht auch zusammenfinden. oder so finde ich toll auf jeden fall leidenschaftlicher zeichner ich glaube ja ist gut ich komme ja auch nur mein brainwaves kann aktiviert den monitor naja los gehen wir mal zum vater bei der glaubt das ist so dass sie zu spät sind hey chris you better come to breakfast wenn ich dich schlafe, oder sonst werden wir ein Problem haben. Drei. Das ist ein Hotel, Freunde. Ich habe Dinge zu tun. Aber da brauchst du nichts mit dir. Und das finde ich schon mal süß, oder nicht? Aber das ist mit dem Video so ausgeprägt. Nee, erst mal zum Bachbärenstückchen. Frühstück. Was erwartet? Ein Waffle? Das ist cool. Oh, das ist so cool. Okay. Ich war eigentlich nicht in seinem Vater und seinem Vertregen. Ich glaube solche Jungen... also so... also Jungen... wie er glaube ich nicht, dass er... das ist wirklich so ein Scheck, dass sein Vater und seinem Vertregen jetzt. Ich glaube, er... Ich glaube, man wird sogar fragen, was du da beantwortest oder was du nicht zum nächsten Mal. So, Dad, was ist der große Plan für heute? Äh... große Spielplan. Wir werden Rebellen. Ist das klasse Vater so, oder? Ach ja. Ist das klasse Vater so, oder? Ach ja. Und der Anstatt, dass du da beantwortest, oder? Hey, ist dein... ... dein Arm... ... okay? ... ... sieht gut aus. ... 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 Das ist okay. Ja, klar. Ja, klar. Ich war doch klar. Oh, das ist doch aber noch arbeitslos. Ich will nicht heute. Und wenn ich das mache, warte mich einfach und wir gehen. Ich versuche. Okay? Ich versuche? Ich versuche. Oh, da haben wir jemanden anscheinlich nicht. Muss ja weg. Oder gestorben. Zarter Arbeitsfluss und dann trinken. Ach ja. Das ist schwer, glaube ich. Ich hatte so eine Kindheit, die ich hatte. Es hat tolle Eltern, die auch beide da waren. Ich bin halt getrunken und nicht. Aber so sind es, also. Ich weiß nicht, wie schwer sowas ist. Aber ich glaube, das ist nicht einfach, sowas umzugehen. Ich habe gehört, wir trinken von meinem Bier. Eww. Sticky Biercans. Ja. 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 Ich habe hier gesagt, ja, ich habe gesagt, das ist nicht unbekannt. Aber ich habe die즈 baixe eindologele praktiziert. Du hast alles. Ciao,ina. Der Schneebeschwörer will unsere Stadt zerstören, nur ich kann ihn aufhalten! Ich wecke, Metroid versteckt sich noch in unserem Land mit einem... Tut mir leid. Also einem komplett unzukündigen Rauschuss für uns. Okay, also haben wir wohl doch ein paar Aufgaben. Machen wir mal die wegwerfen, damit wir die vielleicht zum Scheibe lossen können. Was haben wir aus den Bierdosen gesagt? Provo 7. Yeah! Geil! Pulverisiert! Vielleicht kannst du das ja, vielleicht aber auch nicht. Ja, komm, machen wir das mal für den Vater. Ich weiß, wie ein Junge ist das ja nicht einfach, dass er wahrscheinlich viel machen muss, aber... Helft mir einfach mal dem Daddy ein bisschen. Ich muss den Wasserbeater schauen. Ach nee, wir wohnen eigentlich schon in einem Restaurant außerhalb. Wir wohnen in den Schneeberg. Ja, der hat es dann schon echt nicht einfach, der Junge. Iron Man zu bereiten. immer noch 40! Ja, das ist ein bisschen... Ja, ich überhaupt nicht geklemmert! Zippa-müss! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Zippa-müss! ich finde den jungen süß, ich finde den jungen süß, ja, ich finde, der hat sein Herz am richtigen Fleck. Und das Einkaufsliste ansehen. Uuuu, dad geht's shopping. Okay, lesen Zuckerpapier, Batterien, Kaffee, Bier, Milch und BBQ-Shift. Aber nichts für den Jungen, oder? Nee. Postkarte? I've never seen a beaver around here. The best damn town in America. Also, die beste Stadt in Amerika, kann man sagen, ungefähr. Let's see, what do we need? Wird schon passen, der Fall kann sich auch mal für uns einsetzen, ne? Und ich glaube, wenn wir jetzt noch für ihn was leckeres zu essen machen, weil sie uns bestimmt nicht übernehmen, dass sie noch Eis genau zugeschrieben haben. Begegnungs-Kountdown bis zum Launch. 5, 4, 3, 2, 1. Guck'n wir doch mal ansehen. Guck'n wir doch mal ansehen. Oh, ja. Cool Story, dad. Base Pizzeria, Wayne, und Papa Sandy. Es ist so ein Klassiker. Vor allem ganz oben natürlich, erstmal was zu essen. Ugh. I hate that beer can smell. Junge, das ist richtig so. Junge, das ist richtig so. Warte mal, komm mal, hier muss man auch einen Teller-Schrank. Nein. Ja, der will sich ja immer nützen. Warum Papa anrufen? Weil er sitzt doch links von uns. Die Raynault anrufen. Wir machen ja gerade Essen für Papa. Ich würde ja mal die Raynault anrufen. Weil Papa sitzt ja links. Also, ich weiß nicht mal, dass es der Vater ist. Hallo? Hi, Mrs. Reynolds. Das ist Chris. Chris Erickson. Well, of course I know who this is, Chris. What a nice surprise. Can I? Is everything alright? Yes. Well, everything's great. I just want to see if maybe Steven could help me add more stuff to the treehouse. Like when he helped dad build it. I want to add some booby traps. That is so sweet. I'm so glad to see you play. D D Vielen Dank.